So, hier haben wir schon einen alten Schuppen. Den hat die Verbitterung schon niedergestreckt. Steht auch nicht mehr ganz gerade da, der ist krumm und schief. Und da ist das alte Bauernhaus. Nur noch einen Eingang finden, aber schaut gut aus. So Leute, wir sind jetzt hier im Bauernhaus. Wir waren noch gar nicht drin. Ich will mir selber die Überraschung im Gesicht ansehen, wenn ich jetzt hier... Boah! Also das ist echt mal geil! Echt! 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 Eine Gießkanne? Echt geil! Schaut euch mal das an. Wow! Ein uralter Tisch! Und? Ein uralter Kamin! Wahnsinn! Ein kleines Hintertürchen! Wo geht's da hin? Ne, oder? Ach, ist das putzig! Ist das nicht schnucklig! Ein winziger Balkon und auch die Fenster oben, das ist alles zu klein! Jetzt schauen wir uns mal den Rest von diesem Gebäude an. Ich habe jetzt nur mal die Taschenhande rausgeholt. Die brauchen wir. Wow! Wow! Das können wir fast meinen, dass das der Stall war. Oder? Ja! Schau mal auf den Boden. Hier oben noch gleich Heu gelagert. Und diese uralten Türriegel. Die sind ja so hauchdünn. Und dann noch hier ein Riegel. Da ein Riegel. Hier ein Riegel. Und oben noch Heuboden. Halt! Falsche Richtung! Und hier oben noch so ein kleiner Heuboden. Da die Treppe dazu. Und hier sieht man wieder ganz deutlich diese Türstockhöhe. Also ich schlage mir hier die Nase ab, wenn ich hier geradeaus durchgehe im Dunkeln. Jetzt machen wir mal einen Vergleich mit den Gollumns unter uns. Hey! Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Gollum bin. Aber nicht auf Zehenspitze. Gehen wir ganz normal durch jetzt. Moin! Ja! Um Haar ist breite. So! Was war das hier? Das war wahrscheinlich der Locus. Das stille Örtchen. So schaut es auch aus. Klein, dreckig. Könnte aber auch natürlich eine Vorratskammer oder irgendwas gewesen sein. Weil vom Wandershaus jetzt genau ist. Ich weiß es nicht. Leider. Hier haben wir auf jeden Fall. Wow! Die Küche! Die Küche mit einem, ja, etwas alten Ofen. Herd. Was hat die Gas betrieben? Scheint so. Ja! Da ist eine Leitung. Und hier ist der Hahn. Also hier gab es wenigstens schon mal Gas. Wahrscheinlich auch, ne der Ofen ist glaube ich Kohle oder was befeuert worden. Schaut aus wie Kohle oben. Ja, ist so weiter. Geht gar nicht auf. Und man hat ja sogar schon eine Abwasserleitung. Also es ist doch naheliegend, ja, dass die Küche sowie dieser Hof um die 1950 verlassen wurde. Die Küche. Aber guck mal. Ich bin hier zerschrocken. Du hast gerade aus diesem Gesteinshaufen eine Maus in die Wand reingelaufen. Ja. Ganz rotzfrech. Ui, guck guck. So, und hier hat man auch einen sehr, sehr schönen Blick auf die Küche. Ja. Also derjenige, der hier gewohnt hat, war hier in der Küche gesessen. Ja, früher waren das ja, gut gibt es heute auch noch, Wohnküchen. Von der Größe her vielleicht, ja, dass nur ein kleiner Tisch hier stand. Und dann konnten die echt sehen, ja, wer alles dann so in die Küche rüber gegangen ist. Sehr gut, und diese kleinen Fenster. Also echt von Arno dazu. Aber schau mal. Noch Vorhandstangen mit so Clips dran. Ist das nicht toll? Ja. Hier ist auch nochmal ein Kamin, was mich wundert. Weil, wo ist der Anschluss dazu? Hm. Können wir ja echt übersehen, wer dann hier, was die Türen und die Mauer hier alles sagen könnten. Ja, hier könnten einige Dinge viel erzählen. Mal hat er noch rote Fliesen hier drin gehabt. Die Holzwände verputzt und der Putz auch schon wegfliegt. Richtig schöne Holzdielen an der Decke. Krass. Einmal durch Spinnweben durch. So, und das war wohl die Stube. Das scheint die Stube gewesen zu sein, ja. Noch ein Kamin, um die Stube zu heizen. Jetzt weiß ich, warum auf der anderen Seite ein Kaminanschluss war. Und hier Hängeregale. Da sind Lappen schon mal. Kein Witz. Hier sind Hängeregale aufgehängt an Seilen. Und die hängen hier immer noch. Die hängen hier immer noch nach über 60 Jahren, so wie es ausschaut. Das war ja anscheinend die Ferbestube oder so. Ja, das war die Stube hier. Also, ich glaube jetzt nicht. Also, das schaut eigentlich aus wie so eine Bank aus der Köre vorne. Da standen zwar keine mehr, aber... Das schaut aus, als wäre die aus der Köre gewesen. Ja, von der Verzierung her, von der Form her, von der Länge her. Was haben wir da? Das ist keine Tapete, ne? Und hier auch überall schwarz gestrichene Holzbohlen. Schönes Blech. Hier auch ein Hängeregal. Finde ich ganz toll eigentlich, ja. Klingt ein bisschen gruselig, finde ich das schon. Hier ist noch ein uralter Lampenschirm, ja. Der Boden, der Boden ist interessant. Ja, hier ist so ein echt toller Steinboden. Also, den hätte ich auch gerne Wohnzimmer halten. Natürlich ein bisschen neuer, neu verlegt. Ja, und hier kommt dann der Holzboden. Wie so eine kleine Tanzfläche. Und hier sind wir dann wieder... Hier vorne im Treppenhaus nenne ich es mal. Und dann kommt hier noch... Boah, also... Ich glaube die Zimmer werden immer niedriger. Ja, also jetzt haue ich mir schon langsam die Kauleiste an. Jetzt muss ich mich richtig gucken. Oh Gott, da hat er dann hingekackt. Ja, und hier ist wie gesagt nochmal ein Abzug. Anscheinend stand hier auch nochmal ein Kamin. Ist ja klar, früher gab es ja noch keine Zentralheizungen. Ja, da mussten... Die Leute jeden Traum einzeln irgendwie heizen. Faszinierend. Also... Allein meine Körperhöhe... Ja. Ist höher... Als die Deckenhöhe. Wenn ich jetzt da oben schaue und die nächste Etage... Ja. Oh Gott. Hohoho. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, dass... Das war mein Fuß der geknackt hat. Na, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Es geht. Es knackt nur. Ja, die Deckenhöhe ist echt... Also ich muss hier schon geduckt gehen. Ja, hier oben sind die Räume noch kleiner. So, diesen Balkon wollte ich zeigen. Der ist... Hat von außen schon so traumhaft ausgeguckt. Ich meine, das schaut jetzt aus wie in... Wie in einem Puppenhaus hier. Ob das früher als Balkon benutzt wurde, ich weiß es nicht. Aber... Ja, man hätte dann schmalen Stuhl hingestellt, mich drauf gesetzt und dann wäre der voll gewesen. Gut, stabil wäre es wahrscheinlich. Aber... Muss ja auch nicht sein. Dann diese schönen Fenster und Fensterläden sind immer noch da. Die Dachrinne, die vor sich hin rottet. So wenig Verwüstung eigentlich, ne? Also es holt sich ja viel die Natur hier drin zurück. Aber... Ich würde es nicht behaupten... Also man sieht gar keine Schmierereien irgendwie. Graffitis oder so sieht man gar nicht. Schau mal, da war mein Bett. Ja, das ist noch ein uralter... Ich muss langsam laufen, weil... Ich schaue bei jedem Dritt, ob das auch stabil ist. Weil durch die Witterung, die hier überall schon reingekommen ist, ne? Ist natürlich der Boden auch nicht mehr der Beste. Ja, und hier... Unter dieser grünen Platte sieht man einen Lattenrost, ja? Genauso waren die früher. Das kenne ich noch von Omas Zeiten. Ja, von der Struktur her. Schau, so Kettenglieder. Da haben immer so fette Metallfedern drin. Aber... Guck, jetzt haben wir schon Kopf angeschlagen. Ja, ich muss ja auch teilweise... Hier läuft noch ein Kabel. Nein, das ist wieder ein Gasrohr. Das ist wieder die Gasleitung, denke ich mal. Die hier hoch geht. So, und das sah aus wahrscheinlich wie das Elternschlafzimmer. Von der Größe her, ja? Mit Zugang zum Bad da hinten. Schauen wir gleich, ob meine These richtig ist. Nein, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist hier ein Loch drin. Und unten ist der Kamin unter uns. Also ich denke mal, dass dann hier noch Heizungsfrau hochkam. Und so damit dieses Schlafzimmer beheizt wurde. Da kann man sich richtig vorstellen, wie hier das Ehebett stand. Hier zwischen den Fenstern, ja? Hier vielleicht eine kleine Kommode. Hier eine Kommode. Hier ein Schrank. Natürlich alles alt. Wie so ein Blick nach draußen wieder, Richtung Kirche. Sehr schön. Oh, da ist auch noch mal so ein Lattenrost. Und da ist aber schon die Decke runtergekommen. Können wir mal schnell durchstecken und gucken. Also die Räume werden hier immer niedriger. Weil ich kann jetzt gar nicht mehr aufrecht stehen. Und meine Schulter ist schon so hoch wie die Tür. Du hast Probleme. Ist ja Wahnsinn. Ja, wenn man groß ist, hat man auch Probleme. Nicht nur wenn man so ein kleiner Kolum ist. Hey. So, wenn wir durchbrechen, stehen wir in der Küche. Oh, hier sieht es echt nicht mehr gesund aus. Der Boden gibt nach. Ist auch schon nass. Da sind sogar noch alle Scheiden drin. Wahnsinn. Also auch ziemlich frei vom Vanalismus das Ganze. Aber wie gesagt. Und da kann ich sogar einen Kopf durchstrecken. Geil. Schaut mal. Ich stehe jetzt hier ganz normal in dem Raum. Und mein Kopf ist im Dachboden. Also entweder bin ich zu groß oder die waren so klein. Gut. Ein Mutant. Es gibt noch größere Leute. So ist ja nicht. Sogar ein Loch in der Decke. Da will ich auch gar nicht weiter reingehen. Da drüben sieht man schon, da ist auch schon der Boden runtergekommen. Eins weiter. Grün gestrichen war es vielleicht mal. So wie es ausschaut. Ja. Aber ob das jetzt ein Badezimmer war? Ich glaube es nicht. Ja. Da kam sowohl die Decke runter. Also auch der Boden. Ist auch schon durch. Aber so ein richtiges Badezimmer haben wir jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht haben die sich wieder nicht waschen. Was heißt die haben sie nicht gewaschen. Die hatten wahrscheinlich diese typischen Waschschalen. Schüsseln. Warte mal her. Da sieht man auch schon mal das Geländer. So ein bisschen schräg kommt. Und die in die. Ich weiß auch was man sieht. Am Fußende unten. Ja. Das ist die Neigung von der Treppe. Ich glaube leider steht das Haus auch nicht mehr so lang. Und ich gehe mal davon aus. Wir haben nämlich vorhin bei Google was gelesen, dass es hier eben in diesem ganzen Gebiet, wo auch mehrere Häuser eben standen, dass da ein Haus anschließend zur Ziegelei gemacht wurde. Und ich kenne mich zwar nicht aus in alter Ziegeleitechnik, aber kann ja gut möglich sein, dass dieser alte Kamin hier dann hergenommen wurde, um Ziegel zu brennen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist dir das besser. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. So und damit wären wir durch heute. Wir hatten jetzt die Kirche und das Bauernhaus bzw. Ziegelei teilweise. Wohnhaus. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht weiß ich immer von euch. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr da genau was willst. Es ist auf jeden Fall echt toll hier zu sehen, wie und wo die Leute früher gelebt haben. Hier gibt es keine Straße hier raus. Man muss hier echt durch die Pampa marschieren. Aber das macht den Ort noch viel viel interessanter. Und dann machen wir unsere Tour durch den Bayerischen Wald weiter. Dann würde ich sagen, kommentiert fleißig, lasst ein Like da, nehmt ein Abo mit. Bei mir natürlich auch. Nicht vergessen. Schaut bei mir vorbei. Wie heißt du denn? DanCat. DanCat. Ja, ich werde ihn unten verlinken. Dann seht ihr das auch. Er ist ja der ehemalige Zerfetzer, wo ich mal im ersten Video mit dabei hatte. Er hat halt seinen Namen geändert. Kann man ja. Ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video bei der Linsenfreiheit. Macht es gut und bis demnächst. Ciao. Servus. Er auch noch. Ciao. Servus. Er, her. Er. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020